Musik Also meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, sehr geehrter Herr Berghaus, auch im Namen der Stadt Herford und des Rates der Stadt Herford, wünsche ich Ihnen viel Erfolg auch dieses Jahr wieder für den Aloha Beach Club, mittlerweile eine feste Institution in unserer Stadt, es ist gut, dass wir das haben, viele junge Leute, viele ältere Leute, man trifft sich hier, es ist eine gute Freizeitmöglichkeit in unserer Stadt, ich wünsche Ihnen jedenfalls immer mindestens 25 Grad, wunderbares Wetter, viel Erfolg und ja, was soll ich noch sagen, ich wünsche uns allen, Ihnen allen einen wunderschönen Sommer, viel Erfolg, bleiben Sie uns gewogen, wir brauchen Sie, wunderbar. Dankeschön, vielen Dank. Musik Musik Musik